Hallo Leute, heute bin ich am Alpsee, bei der längsten Rodelbahn von ganz Deutschland. Wenn ihr Lust habt, kommt mit, seid dabei. Ja Leute, ich fahre jetzt hier hoch mit der Seilbahn zur längsten Rodelbahn in ganz Deutschland. Ich weiß, ihr wärt auch gerne hier an meiner Stelle, aber das geht leider nicht. Wenn dann zu einer anderen Zeit. Ja und das wird ein Riesenspaß. Es ist nicht meine erste Rodelbahn, im Sauerland bin ich schon zwei oder drei Rodelbahnen gefahren. Macht auf jeden Fall Riesenspaß und ja, seid dabei. Ja, die Rodelbahn macht erst um 10 Uhr auf. Also nutze ich die Zeit, laufe nochmal runter. Den ganzen, da gibt es mehrere Wanderwege hier. Ein laufe ich runter, wieder ins Tal zurück. Fahr dann nochmal mit der Gondel hoch. Und wird dann die Rodelbahn nutzen. Und dann wird dann die Riesenspaß und die Riesenspaß und die Riesenspaß und die Riesenspaß. Und dann wird dann die Riesenspaß. Amen. Amen. So, es wird langsam wärmer. Ich habe ein unheimliches Glück. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Das ist schön. So Leute, ich bin gleich unten wieder angekommen, am Ausgangspunkt. Ich fahre dann wieder hoch und dann mit der Bahn runter. Das wird ein Spaß. So Leute, gleich geht's los. Bestes Wetter hier in Bayern. Ich bin schon sehr gespannt. So Leute, es war ein absoluter Wahnsinn. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Leider durfte ich nicht filmen. Sonst hätte ich gerne gefilmt. So, wenn ich mir nicht filmen. Ich fahre danno. Ich würde das auf jeden Fall noch mal machen. Dann呆. Schi-oh, ich schau dir das auf jeden Fall. Vielen Dank.